willkommen bei banished versuch nummer 3 3 3 4 5 wir sehen ob es jetzt stabil bleibt machen wir ein bisschen musik an kevin mcleod death of kings 2 ich versuche jetzt mal mal den track namen mit anzusagen weil er bat eigentlich darum und auf seiner seite dass dass man das tut und dann machen wir das auch so der förster ist besetzt der fischer auch und wir haben noch einen arbeiter übrig der dann auch was machen kann locks haben wir jetzt gerade gar nicht da das heißt könnten eigentlich die försterei weiter ausbauen machen wir das einfach mal und das machen wir am blödesten indem wir hier mal so ein paar häuser noch setzen ein haus ein haus ein haus soll uns erstmal reichen wir wollen ja wir wollen es ja nicht provozieren und nicht zu viel machen schifftet schon wieder und schon wieder sommer und die ernte beginnt ist sehr gut aus wenn der ernte also die leute kommen so langsam drauf klar auf ihre jobs weil das habe ich auch bemerkt wenn sie denn schon länger einen bestimmten job haben dann klappt es auch besser und wir brauchen mehr felder fürs nächste jahr jetzt auch schon sehr schön reserve of loxus loja das ist klar aber wir brauchen ja erstmal mehr nahrung wenn wir jetzt mal ein zweites feld noch bauen mal gucken wo wir das hinsetzen können das ist ein bisschen versetzt ja weil hier direkt daneben das ist auf die ecke da oben das heißt wenn ich das eins versetze kann ich ein großes draus machen machen was doch einfach mal dann machen wir das doch einfach mal weil also scheiß auf dem weg also wirklich bumm 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 macht es in den kopfhörern es könnte fast techno sein ist es aber nicht ich hoffe mal das klappt jetzt besser hier mit den ganzen blödsinn also dass wir das besser aufnehmen können als bei den letzten versuchen da hoffe ich wirklich drauf was hier labore hier ist noch ein kind was ausziehen könnte theoretisch warum das für die nächste saison ganz dringend weiteres feld diesem winter werden wir so noch schaffen denn den nächsten winter vielleicht nicht mehr mal gucken auf jeden fall da wir jetzt hier schon uns hin ausgebreitet haben können wir ja für den winter mal den auftrag geben zur straße quasi alle ressourcen zu entfernen haben auf jeden fall wieder holz und haben wir wieder steine und also das wird schon cool dies wird schon cool ja so der plan die falls mit den kuchen mit der coolen lassen so so und da war jetzt ja wieder wissen was was erteilt haben können wir ja schon mal ja zur nächsten saison das fällt weil jetzt ist schon früher herbst können das ja ja doch mal so nach und nach verschwindet das hier kann man los gucken wo wir die mine hin packen diesmal spätherbst ist doch schön so eine herbstige aufgabe so 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 Kartoffeln würde ich mal sagen und dann ziehe ich alle arbeiter da rein die ich habe kann aber gleichzeitig weil wir ja dann im nächsten jahr noch essen haben werden ich hoffe die verhungern mir nicht gleich kann hier schon mal ein Haus noch ansetzen ja gut dann muss ich den ein auf jeden fall da hin machen so lassen wir das ganze wieder etwas schneller laufen dann na glaube ich die Nahrungsserve geht schon runter ich habe glaube ich zu früh auf die Förster gesetzt und zu spät aufs Essen geachtet so Food is low mhm das wissen wir schon wir lassen es jetzt einfach mal schneller laufen ihr seht die Ressourcen Mount of Stored Food geht runter na vielleicht beleben wir das knapp mit dem Fischer hier oben wir könnten ja einfach mal wir könnten ja einfach mal noch einen Fischer klicken drauf gehen auf mal wenn dann laufen auf 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 Nummer zum so jetzt muss nur noch gebaut werden war nur drauf dass die felder ordentlich bestellt sind ich hoffe ich hoffe in ständig das war ein und sparen darauf dass der hier das schneiden wuppt das machen vielleicht im winter die fischer etwas mehr in die pflicht nehmen sollte reichen wenn ein arbeiter fehlt ich hoffe mal ich hoffe mal dass das reicht so also kurz vor der hungersnot brauchen wir ja das kann dahin kurz vor der hungersnot stehend schauen wir mal was wir machen das sind nicht alle gewachsen wahrscheinlich ist das der eine arbeiter der fehlt das hier so nicht alles gewachsen ist haben sie nicht alles geschafft aber es sollte in summe ja immer noch mehr sein dass das was wir vorher hatten so dass wir nicht gleich wieder das problem haben dass sie uns hier alle weg hungern wir haben vier von acht fischern vielleicht ist der output an fisch jetzt etwas höher loks und so weiter sieht erstmal ganz gut aus wir müssen halt gucken weil hier ein dreijähriges kind 6 4 8 also bald ein arbeiter mehr 6 6 9 also es gibt demnächst ja da sind sie die leiden hunger aber ja jetzt werden die lager aufgefüllt wir haben auch wieder acht acht leute da ein fischer kann man schon mal einstellen der eine arbeiter ist auch da ort immer beeilt euch bevor der winter kommt und wir hier wirklich noch alle vorhören wie reich sind nicht mal mehr die tausend was ja alles sofort wieder rausgetragen wird das ist halt auch die leute wenn sie jetzt die farmer speziell sie jetzt das hinbringen und wissen sie haben zu hause nichts bringen sie es ins große lagerhaus und lagern es dann gleich um in ihr haus ja kommt die letzten ressourcen hier noch raus ja gut aus sieht gut aus so eins zwei drei 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 fischer hin mit der doppelt belastung auf jeden fall kriegen wir so jetzt etwas mehr etwas mehr nahrung herein die rest sieht eigentlich okay aus 500 dass die noch langweilig wird was wir jetzt turn for the worse scoring gloom and sadness soundtrack ist das genre von kevin mack lehrt 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 whatever whatever ring so winter wir haben winter und wir haben immer noch 400 nahrung also es wird sich jetzt nicht so wirklich verbessern es ist bloß ja reserve of food slow das ist bloß die frage wie wir damit richtig umgehen da bin ich aber noch hin und her gerissen wie wir das tun könnten theoretisch zumindest aber ich sehe die folge neigt sich auch schon wieder dem ende entgegen wir haben eine viertel stunde voll deswegen ich sagen wir haben ja immer ein bisschen was geschafft wir haben fischer mehr und wir haben fällt mehr und zwei häuser mehr so viel schafft man halt doch nicht nach viertel stunden bändisch ich lasse es jetzt schon noch zehn tager geschwindigkeit laufen also was man eigentlich nicht tun sollte wir sehen auch die leute werden von mal zu mal ungesünder happy sind sie noch aber wer nur von kartoffeln und fisch sich ernährt die ganze zeit dem kann es auch nicht so richtig gut gehen so dann würde ich sagen sehen wir uns gleich in der nächsten folge ach nein ein arbeiter ist noch da den können wir noch umsetzen und ja bis dahin bei bei was nach gut ja die verhungern hier wieder gleich das ist zwar an der grenze das ist zwar an der grenze aber ich lasse mal die fische gut ja late spring jahr nummer fünf das ist die stelle an der wir es enden lassen beenden lassen bewenden sind na wie auch immer es ist jetzt erst mal vorbei bis dahin bye-bye Bis zum nächsten Mal.